Musik 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 Lachen wir den Zug zuerst durchfahren Musik 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 Da hat es ja geschifft und geschüttet und an den See in der Wiese und alles, gell, und schaut jetzt an, ist gar nichts gewehr scheinbar, gell, so schaut es aus. Da schüttet es, schüttet es zwei Tage und danach, zack, bumm, Wolke weg, Sonne da, als ob nichts gewehr wäre, außer der Kack in der Wiese. Aber das zeige ich euch später noch, weil es gibt ein paar Sachen, wo ich euch noch ein bisschen zeigen kann, was da so jetzt war und wie es ausschaut, gell. Aber jetzt bei mir schaut es erstmal so aus, dass ich da, da sind sie letzte Woche reingekommen, Jumper, und so wie man sieht, gell, die haben das ratzifatz ziemlich alles schon wieder auffressen können, gell, und darum habe ich jetzt nochmal Hagen gemessen und Hagen habe ich jetzt unter diese Fläche, wo sie jetzt sind, gell, da drin. Das ist ja eigentlich, wo ich jetzt beim letzten Mal gemäht habe, Hau gemacht habe, da habe ich glaube ich gar nichts gezeigt in einem Vlog, wo ich da reingefahren bin, aber auf jeden Fall letztes Mal gemäht, jetzt dieser Aufwuchs, da kommen die rein und dann vielleicht im Herbst, dann im Oktober, je nachdem, wenn sie da jetzt, wenn sie fertig sind, da brauchen sie schätzungsweise zwei Wochen ungefähr, dann kommen sie wieder rauf und dann kann das noch mal ein bisschen wachsen, dann kommen sie noch mal rein und dann ist gut für Heu dann. Aber das werden wir ja sehen. Ja, da sind sie jetzt drin und haben Juhu geschrien, dass sie endlich dann unterhalten dürfen, weil, ja, da, da oben nichts mehr war. So, und jetzt muss ich bloß noch einen Salzstuhl mitbringen, den habe ich oben in der Hütte deponiert, aber den brauchen wir jetzt da unten, da müssen sie nicht immer bis da rauflaufen, weil, das sind ja auch Kommodeviecher und, ja, das soll ja auch so sein. So, okay. Gut, eigentlich, sonst gibt es da nicht da jetzt einmal verarscht nichts weiter zum Verzählen. Also dann, bis nachher, wo ich euch das tolle zeuge. Für die, die es wissen, werdet ihr, werdet ihr, sonst sollen wir gleich alles wissen. Ich habe jetzt bloß nichts zum Zeugen, aber der Haken da rauf, der ist eigentlich nur für das gemacht, dass sie da unten, können sie ja durch, und dass sie da an diesem schmalen Sträufel wieder rauflaufen zur Hütte, wenn sie Wasser brauchen oder sonst was, oder in die Hütte reinflackern. Weil, der ist da, dass da drüber das wieder ein bisschen anwachsen kann und wieder ein bisschen grün werden kann. Und, weil, wenn das nicht ist, dann fressen sie runter und fressen da oben, obwohl da oben zwar jetzt nichts ist, aber es wächst ja dann wieder ein bisschen was grünes, gell, und dann haut man das kleine, mini Zeug weg. Und das muss ich zeigen. Das lassen wir dann dort schon schön wieder wachsen und dann hat der Fütze rein, wenn es wieder ein bisschen größer ist, wenn es wächst, gell. Ja, aber ich glaube schon. So, also, jetzt haben das gesehen. Jetzt sind wir. Zumachen. So, sonst sind sie gut. So, hof ich, gell. Jetzt schaut her, gell. Da gibt's lecker Fressi. So. Und da können wir dann ein bisschen an dem Salzstuhl rumrollen. Hier. Da bin ich ein Wasser hergerichtet. Von da herunter. Da müssen sie jetzt immer ein bisschen auflaufen. Bloß mal so schnell einen Salzstränker, gell. Und ein bisschen Salzstein zum Lutschen. So. Genau. Gras ist schön. Also. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Öl. Das ist ein Schadensfall, wie er da dort schon sehen hat. So. Jetzt schauen wir mal, wie wir das da... Die Schäfchen hilft mit. Das ist echt. Ja, das ist echt. Ja, das ist echt, ja. So schaut's da herunter aus. Diesen Scheiß haben wir schon wieder einmal im Feld. Ja. Und wieder sehen wir da. Das Gras. Überall. Der Lehm. Der Drecktäter. Also eigentlich auch schon wieder fettgarten. Und jetzt schauen wir mal noch schnell Richtung Bach. Wie es da ausschaut. So jetzt, so optisch, schaut's geil so wild aus. Aber es ist einfach, ja. Wie man da wieder sieht. Den ganzen Dreck. Und Äst und Zeug. Da kannst du alles wieder haben. Und jetzt ist schon wieder nichts mehr drin. Seht ihr da? Beim Nachbarn. Da ist gerade so an der Kante entlang, gell. Der ganze Dreck liegen bleiben. Aber trotzdem ist das Wasser schon umgelaufen. Und es ist alles so gräulich. Ich zeig euch das noch woanders. Wir haben dahinter noch eine andere Wiese. Da schaut's noch an. Blöd aus. Aber da schaut's halt jetzt einfach so aus. Weil das Zeug, so kannst du ja nicht drinhalten. Das geht nicht. Und dann. Also. Das tun wir jetzt. So, ein bisschen zuschauen. So wie Claudia schon anfängt. Mit dem Schubkarren halt. Und das aufladen. Und wegfahren. Und gut ist. Ja. Ja. Und da macht's Freude das jetzt zu machen. Alles Schwemmholz. Ja. Können wir noch in den Ofen tun. damit scheinen wir ihr da. Dann kommt nach Bach auf das Zeug. Ja. En wie heißt. Mainguin. Und mal natürlich. Oh mein. dub. Du bist gibber. coolas ja. Jetzt du kannst garmin. undぐ psychologist Wir sind wirklich Easier. Ja. Das war's. Das ist doch blöd so. Warum kippt denn der so? So, mein Mauscht, dann sind wir fertig. Und das zweite, das will ich euch bloß einmal zeigen, wir haben doch letztes Mal bei den Sido Ballern hat das Wasserwirtschaftsamt diesen Kiesfänger ausgeräumt. Und der war komplett leer. Und jetzt ist er schon wieder so. Und das eigentlich von jetzt sagen wir mal vier Stunden Vollgas reinge, ist schon wieder ein Drittel voll, sagen wir mal so. Hammer! Und das war komplett runter, das war noch, ja, sagen wir mal einen halben Meter unter der Wassersäule drunter. Und das noch mit. Also, da sieht man gut, für was das gut ist. Uns hat auch schon mal jemand gefragt, warum man denn das nicht das ausgeräumt, der nicht für irgendwie was anderes nimmt, für was auffüllen, was besseres irgendwie. Aber es ist leider, es ist kein tolles Material. Das ist bloß ein schlemmsandiger Zeug. Und es ist saumäßig viel Laub und Tannenzapfen und Klump und Zeug. Also, das ist nichts Gescheites. Das einzige, was man jetzt da sieht, zum Schluss, ober das, da setze ich noch ein bisschen Kies ab. Aber das ist auch so eine dünne Schicht. Das ist nicht viel, gell, da geht's. Ja, jetzt kämpft man, wenn man jetzt am Backen hätte, kämpft man vielleicht da ober das ein bisschen runterziehen, gell, dann hat man da ein bisschen was davon. Aber, ja, haben wir ein Gewehr. Das steht ja ganz oben auf meiner Wunschliste. So ein Backerl, irgendwie sowas. Zwischen drei und fünf Tonnen, irgendwie sowas. Naja, mal schauen. Aber das wäre was, da könnte man ein bisschen was runterziehen. Da könnte man sich da ein bisschen ein Kies holen. Aber der Rest, wie gesagt, das ist nix. Gescheit. So, jetzt fahren wir weiter und wo noch woanders war. Ich schaue gerade einmal dahinter, jetzt muss ich mal schauen, da wo das so weiß ist. Da hinter ist ein riesen See entstanden mit Wasser. Also, das Wasser ist weg. Der Dreck hängt am Gras. Also, da hinter das, da kannst du den kompletten Schnitt wegschmeißen. Und das ist auch noch von einem Kollegen, der hat jetzt vierter Schnitt. Der Rette hätte es wahrscheinlich jetzt gemäht. Und jetzt ist es am Arsch. Naja, kann man wegschmeißen. Und unser Ding ist ja, jetzt muss ich mal schauen, unsere Wiese ist ja da. Da ist das ganz leicht grau. Da ist jetzt noch kein Wasser großartig vom Bach rausgekommen, sondern das ist glaube ich mehr von da. Oder ein bisschen was ist doch rumgekommen. Also, es ist schon grau. Wahrscheinlich ist es auch nicht gut. Ja, würde ich mit dem Mulcher drüber fahren, weil da habe ich ja schon mal gemäht gehabt. Das ist noch nicht so lang und dann haut man es zusammen und dann ist es gut. Genau das gleiche wie da, wo wir vorhin gerechnet haben. Diese ganze Wiese eigentlich bis rauf an die Straße wollte ich sowieso noch mulchen. Also, dann würde ich das da unter, obwohl ich es da unter ja vor drei Wochen gemäht habe. Das habe ich glaube auch bei echt geil Zeug gehabt oder so. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ja was. Vor drei Wochen gemäht. Sauber gemacht halt, weil da auch viel altes Gras gestanden ist und das aufgeladen weggefahren. Ja, und aber in diesem Fall kann ich eigentlich wieder mit dem Mulcher drüber fahren, weil das Gras doch stellenweise, oder gerade unter drin ist es einfach mit Lehm, wo das lehmige Zeug von dem dreckigen Wasser einfach dort hängt. Das werden die Kühe nie wieder von selber fressen. Also, und drum weg damit. Gut, weiter. . ând so jetzt haben wir noch mal welche schäden da und zwar sind wir bei den herrenner ja also letzter schaden eselwiese und zwar schaut es so aus umgekippt also wieder ein baum am arsch da mitsamt der wurzel alles umgekippt und ja kaputt also der baum wie man sieht der war schon kaputt auf einer seite war er schon ja wie man sieht schon abgestorben auf der anderen seite ist er noch richtig voll gehangen und richtig ja auch wie man sieht noch mit äpfeln drauf gerade genug extrem viel und irgendwie hat man halt das ja das ist viele ringer und dann der wind und alles und hat ihn halt jetzt auf die seite umgekippt aber ist halt weil die bäume die sind schon uralt die sind schon glaube ich 70 jahre alt oder sowas und ja da fällt halt jetzt einer nach dem anderen fällt da aus und man sieht es auch da an der wurzel da ist auch schon viel verfault an der wurzel wo man hebt und und darum hat es halt umgekaut und ja wenn man da wieder richter oder weg weg bringen aber noch nicht weil als erstens ist laub ja jetzt nur grün alles und sind äpfel drauf und das finden die da natürlich total klasse dass man da jetzt die rennen die ganze zeit darum rum und fressen und machen und produzieren der apfelsaft für sich selber und darum lassen wir den einfach auch noch eine weile liegen weil es ist ja egal ob er jetzt da liegt oder nicht ist ja wurscht da bleibt er noch eine weile flackern genau und für unseren drechsler bernhard oder wenn du brauchst stamm wäre wieder da also können wir wieder ein deal machen kannst du haben alles klar ja jetzt haben wir sowas was regen und stürmisch war alles alles klar und da genau die wiese und da haben wir ja noch sehr beim mulchen habe ich aber es kurz gesehen oder die komplette wiese ist jetzt gemulchert das sind jetzt so knapp vier hektar was das waren gemulchert gestern wo ich im stahl war ist der stefan auch noch weiter gefahren hat der stefan gast von uns hat auch noch ist noch ein bisschen gefahren mit mulchen danke stefan habe ich beruhigt den stall gehen können und danach habe ich noch woanders noch weiter was gemacht genau so das war jetzt das so jetzt geht es ich denke im stahl geht weiter aber stahl waschen ist nie eine saubere sache egal da kann schon aufpassen wie es irgendwie spritzt weil er bloß die selle an ist und darum ist gerade egal was du auch für eine helfe ist es ist gerade wurscht ich hole jetzt einfach mal im stahl hinter dir die wichtigste sache vorne da mal wieder einmal sauber gemacht so wie die wände und die selbststrengung rund und die wände ein bisschen und ja überall rum und natürlich auch seit langem mal wieder melkstand auch gleich sauber gemacht dass das auch mal wieder geschmeidig ist weil wenn man schon gerade dreckend ist dann ist es gerade egal die rumspritzerei habe ich euch ersparen will weil das haben wir ja schon mal gehabt und ein anderes mal und vielleicht nächstes mal wieder irgendwie sehe ich gar nicht so gut mehr ja ich glaube es wird zeit dass ich mich mal ein bisschen säubern tue so wieder hin und mittag machen also malzeit kommen so 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Der ist so gut. Der ist so gut. Der ist so gut. Der ist ein wilder Hund. Der passt zu mir. Der ist so gut. 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 Der nächste Hochwasser kann kommen. Juhu! Faller an! Ich muss Ihnen schnell zeigen wollen. Weil ich gerade ja den Kipperhalm gefahren habe. Und ja den 9er gesehen habe. Der, der gekräuselt hat. Dahinter steht er noch. Da ist ja das Wasser gestanden. Da hat es ja. Also das Wasser gestanden. Man sieht noch wie grau das ist. Der hat da gemäht und alles. Und macht das jetzt trocken. Und ich weiß auch was er daraus macht. aber nichts gescheites gibt es und ich habe gesehen wie das gestoppt hat ein scheiß naja so weiter so Leute jetzt am Samstag das letzte Mal denke ich Heuer wo ich einen Haag mache und zwar mache ich jetzt noch den Haag da wo wir das letzte Mal oder das letzte Heu oder die letzte Amara gemacht haben auf der Wiese da wo wir mit dem das Doppelmesser Mähwerk ausprobiert haben da ist das jetzt mit der Wiese mit und das ist diese Schumpen Wiese die Nasse wissen ihr auch genau das haben wir jetzt noch ein Haag und dadurch kommen wir nachher die Kühe jetzt den nächsten Tag auch wieder da her und das ist jetzt dann wirklich mal der letzte Haag das letzte Mal Haag für Heuer außer dann halt Haag weg machen aber das ist ja wieder eine andere Baustelle genau jetzt Samstag haben wir ja habe ich das schon gesagt klar Vormittag wieder wie immer Gäste versorgt verabschiedet und dann die jetzt sind so die Neuen am langsam wieder hergekommen und genau da ist Claudia jetzt da dran ich mache das noch und da hat ist es das eigentlich also mir tut es ja schon irgendwie ein bisschen leid für euch gell aber wenn ich es halt so anschaue bei uns gell und auch brille es ringet ein bisschen jetzt gerade tröpfelt es ein bisschen aber es hat schon gerungen gell und es ist wie das erinnert ja immer wieder wieder schön gerungen war alles gell also ich habe schon bald auch Schlechtes gewissen wenn ich das alles so zeige da doch in viele viele andere Regionen nix kommt und gar nix und alles was verbrennt ist und Würstisch und Bähisch und aber kann auch nix machen es ist halt so gell es ist halt so dafür haben wir da den Dreck gehabt vom da das ist auch so ein Graben wo auch Dreck rausgebracht hat da sieht man es ja beim Nachbarn drüber gell also das haben wir dafür wieder aber naja so hat halt jeder sein Ding jeder muss sein Päckchen tragen irgendwo ist halt so gut und darum sage ich jetzt auch dass das das Ende vom Video ist das reicht wieder ist ja so schon Samstag gibt nix mehr gell hoffentlich hat es auch heute hoffentlich hat euch auch dieses Video gefallen und wenn ja dürft ihr gerne einen Daumen geben und dann machen wir halt bis das nächste Mal also in diesem Sinne biert euch und habe die Ehre bis der nächste Streueriese da wachs nix gell aber grün ist es wachs wachs Puh 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 Fass mich doch gerade noch auch so echt an Puh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017